Der Prolog von Orit vom 25. Oktober Gedenken Die heiligen Märtyrer Markianos und Martyrius gehören zum Klerus und der Patriarche Pavlos von Konstantinopel während der Regierungszeit des Kaisers Konstantius. Nach dem Tod des großen Kaisers Konstantin erstarkte die arianische Ressie von Neuem, die bis dahin unterdrückt worden war, und erhielt wieder Schwung. Sogar Kaiser Konstantius selbst neigte dieser Herezie zu. Es gab zwei einflussreiche Adelige am Kaiserhof namens Efsebius und Philippus, und diese beiden waren Arianer. Durch ihren Einfluss wurde Patriarch Pavlos vom Patriarchenthron verstoßen und nach Armenien verbannt, wo ihn die Arianer hängten. Daraufhin ergriff der ehrlose Makedonius den Patriarchenthron. Zu jener Zeit hatte die Orthodoxie zwei bittere Kämpfe zu bestehen, gegen die Heiden und gegen die Heretiker. Markianos und Martyrius setzten sich mit all ihrer Kraft und Entschlossenheit für den rechten Glauben ein. Markianos war Leser und Martyrius Subdiakon in der Kathedrale der Aia Sophia. Unter Patriarch Pavlos waren sie patriarchale Notare, Sekretäre gewesen. Die Arianer versuchten zuerst, sie zu bestechen, doch als die heiligen Männer dies mit Verachtung abschlugen, verurteilten die Heretiker sie zum Tode. Als sie zum Henker gebracht wurden, erhoben sie ihre Hände und beteten zu Gott. Sie danken ihm dafür, dass sie ihr Leben mit dem Martieren beenden könnten. Herr, wir sind voller Freude, dass wir mit einem solchen Tod aus diesem Leben scheiden. Mach uns würdig, Anteil am ewigen Leben zu haben. Du bist unser Leben. Sie legten das Haupt unter das Schwert. Im Jahr 355 erlitten sie den Märtyrer-Tod. Später errichtete der heilige Johannes Chrysostomos eine Kirche in ihrem Namen über ihren wundertätigen Reliquien. Der heilige Märtyrer Anastasios war ein Schneider und eifriger Christ. Während der Christenverfolgung durch die Eklitian erschien dieser Mann Gottes von dem Richter in der Stadt Solin in Dalmatien und bekannte ihm sein Glauben an Christos. Er wurde unmenschlich gematert und dann getötet. Und sein Leib wurde ins Meer geworfen, doch später aufgefunden und unter Ehren bestattet. Die heilige Tabitha, ihr Name bedeutet Gazelle, war eine Schülerin der Apostel und lebte in Joppe. Sie tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Apostelgeschichte 9, Vers 36. Doch plötzlich wurde sie schwach und starb. Der Apostel Petrus war in der Stadt Joppe zugegen und die trauernden Jünger ließen ihn holen und baten ihn, Tabithas Verwandte zu trösten. Bei seiner Ankunft schickte der große Apostel alle aus dem Raum, in dem der Leichnam lab, und kniete sich im Gebet nieder. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Apostelgeschichte 9, Vers 40. Und Tabitha öffnete ihre Augen und stand auf. Viele glaubten an den Herrn Jesus Christos aufgrund dieses herrlichen Wunders. Lobeshymne Die heilige Tabitha Tabitha starb, doch damit war ihr Leben nicht zu Ende, sondern die Welt sollte erstaunen über das Wunder, das geschah. Neben ihrem Totenlager kniete Petrus in Demut und wandte sich im innigen Gebet an den Herrn. Sie wurde aufweckt im Leib und die Ungläubigen vernahmen, wie der Herr das Gebet des Apostels erhörte und die lebendige Seele dem toten Leib zurückbrachte. Und Petrus bekehrte die Ungläubigen zum Glauben, o herrliches Wunder, wie es die Welt nicht kannte. Durch den Namen Christi wurde der Tod besiegt. Der Tod wurde besiegt und das Leben freute sich. Die junge Tabitha erfreute sich des Lebens und mehr als über ihr eigenes Leben, freute sich, dass sie als Wunder diente für die Ungläubige Welt. Sie wurde im Leib aufgeweckt, die Gläubigen vernahmen es, und ihre eigenen Seelen wurden von den Toten auferweckt. O großer Petrus, Diener Christi, bete zu unserem Erlöser für uns, lass unsere Seelen auferstehen, die im Schlamm vergraben sind. Du, der Tabitha, durch die Kraft Gottes auferweckt. Betrachtung Neben anderen Wahrnehmungen, über die die gesegneten Seelen der Heiligen verfügen, vermochen sie auch, den Duft guter Geister wahrzunehmen und den üblen Geruch der unreinen Geister. Ein Geist, der rein und von Licht erfüllt ist, sondert einen gelebenden Duft aus, während ein dunkler und unreiner Geist einen stickigen und unerträglichen Gestank von sich gibt. So erkannte der heilige Ephymius, der Große, den Gestank der Leidenschaft der Wollust bei einem Mönch namens Emilian im Kloster des heiligen Thöktistos. Als Ephymius eines Tages zum Morgengotteschen ging, kam er an Emilians Zelle vorbei und roch den Gestank des Dämons der Wollust. Emilian hatte keine Sünde begangen, abgesehen davon, dass er in diesem Augenblick lustvolle Gedanken hatte, die sich in sein Herz von einem unreinen Geist ausgehend drängten. Die Anwesenheit des Dämons in dem Mönch hatte der Heilige bereits wahrgenommen. Noch erstaunlicher zeigt sich diese Art der Wahrnehmung im Fall des heiden Jilarion des Großen. Ein gewisser Mann, ein Geizhals, hat Jilarion ein wenig von seinem Gemüse geschickt. Als es ihm aufgetischt wurde, sagte der Heilige, Bring dies fort, ich kann den Gestank nicht ertragen, der von diesem Gemüse ausgeht. Könnte das nicht riechen, den Gestank des Geizes? Als sich die Mönche über diese Worte wunderten, gebot ihnen Jilarion, sie sollten das Gemüse nehmen und es einem Ochsen geben und sehen, ob er es fressen würde. Der Ochse schnupperte daran und wandte dann angewidert seinen Kopf ab. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Offenbarung, die dem Apostel Petrus zuteil wurde. Apostelgeschichte 10 Wie Petrus die Himmel geöffnet sah und ein Laientuch voll mit allerlei Kriechtieren, Insekten und Vögeln sah. Wie er eine Stimme hörte, wohl an Petrus schlachte und iss. Wie er dadurch daran erinnert wurde, dass man die Heiden nicht verachten dürfe, sondern ihnen das Evangelium verkündigen müsse. Homilie Über die Flucht aus der Welt und das Leben in der Wüste Siehe, weit in die Ferne wollte ich fliehen und in der Wüste wohnen. Psalm 54, Vers 8 Vor wem, meine Brüder, flieht der Prophet in die Wüste? Vor boshaften Feinden, vor den Leidenschaften und vor der Eitelkeit. Warum flieht er in die Wüste? Weil er auf diese Weise seine boshaften Feinde, die Leidenschaften und die Eitelkeit der Welt überwindet. Wenige gibt es, die in die Wüste streben? Daher flieht er dorthin. Die Menschen streben in die Städte und suchen nach Land und Macht und Reichtum, doch nicht nach der Wüste. Und die inneren Feinde des Menschen, die Leidenschaften und vielfältigen Eitelkeiten, lodern ständig neu auf in der Stadt, während sie in der Wüste welken und verschwinden. Todesangst hat mich befallen, sagt er zuvor, und dies ist ein Grund, um in die Wüste zu fliehen. Man muss die eigene Seele auf die andere Welt vorbereiten. Auf die Begegnung mit Gott. Nicht einmal ein König kann sich vor dem Tod retten, noch dem Gericht entfliehen. Wenn der Mensch in Luxus und ständigen Vergnügen erlebt, wird er wirklich von dem starken Trunk dieser Welt in den Schlaf gelullt. Doch inmitten von Luxus und Leichtsinn nagt der Gedanke des Toges an ihm und rüttelt ihn auf. Ah, man muss sterben. Man muss diese Welt verlassen. Man muss vor Gott und vor die Engel treten. Wo ist meine Seele? Wo sind meine Werke? Womit soll ich diese Welt verlassen und womit soll ich in die andere eintreten? Tausende und Abertausende jener Menschen, die es im Schlaf der Sünde durch solche Fragen aufgerüttelt wurden, sind in die Wüste geflohen, um ihre Seelen Tag und Nacht vorzubereiten und zu reinigen durch Reue, Gebet, Fasten, Nachtwachen, Mühen und anderer solcher geeigneten Mittel, die man benutzt, um die Furcht des Todes zu töten und ein Sohn Gottes zu werden. O Herr Jesus Christus, unser weisester und gütigster Lehrer, der du dich zeitweilig von den Menschen in die Wüste zurückzogest, hilf uns, in unseren Seelen gesammelt zu sein und uns auf dein überaus herrliches Reich vorzubereiten. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.